Sollt ihr auch drin? Okay, gut, wir sind drin. Du solltest uns sehen. Jetzt müssen nur die anderen noch kommen. Jetzt muss nur noch Meise. Das Spiel beginnt in einer Minute. Ups. Ja, Meise ist da. Hallo. 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 Oh, ich versuchte dir wieder anzugeben. Okay. Oh man, Gala. Ey, boah, egal. Ich hasse dich, komm her. Kurz, was genau ist jetzt unsere Aufgabe hier? Ich hab's auch noch nie gespielt. Im Chat steht ein Wort, was du bauen musst und das musst du bauen. Alle anderen müssen raten. Oder du musst raten. Ah, okay, alles klar. Du darfst natürlich nicht sagen, was da steht. Nee, wirklich. Was muss ich jetzt machen? Ist ein deutscher Server, also deutsche, wie griechisch sind. Deutsch. Also hat Gala einen Nachteil. Wir müssen alle dran denken. Meine Rasse ist schon benachelt. Da steht kein Schnitzel. Wenn wir nach den Rassen gehen, was ist Currywurst, dann haben wir alle gemacht. Oh, ich darf gleich anfangen. Oh, cool. Wir müssen eintragen, ne? Ihr müsst einfach schreiben, ja. Oh, einfach schreiben, das ist zu viel. In den Chat, oder was? Ja. Wohin sonst? Auf deinem Bildschirm? An irgendwen. Mit Edding. Was dummes ist, dann kommt auch noch die Schnitzel. Wirklich. Danke. Du bist mir leid. Busritte. Wurst? Hm. Oh, das ist aber ein bisschen schwer. Mayo. Wieso ich gerade den Begriff nicht verstehe? Das ist ein Space Invader. Mein Bein. Nee, das ist ein bisschen... Das ist nicht das, was ich so... White City? Ah, warte. Das sieht ähnlich aus, ne? Aber warte, ich mach noch was, das sich hilft. Ich hatte Schneeflocke schon. Geht, guck mal ein bisschen nach oben. Ich guck nicht auf, was ihr schreibt. Ihr seid noch zu Lieder. Hä? Space Invader, find ich gut. Ja, das ist ne Sonne. Periode? Das ist ne Sonne. Nee. Jetzt wird's pervers. Nee, eigentlich nicht. Wieso ist die Spitze voller... Hä? Ah! Ah! Es sieht aus wie ein... Warum ist Jess schon wieder so ruhig? Ich mag das nicht, wenn Jess ruhig ist. Wer hat das von uns? Drogen? Was war das denn da für ein Zeichen? Ich kenn mich mit Drogen. Sollte das ne Spritze sein, oder was? Das soll Hanf? Ah! Ja, genau. Oh, danke, Gala. Ich kann nichts mehr sehen. Gut gemacht. Gut gemacht, Gala. Schön, so machst du... So gemein spielst du also. Hust. Ich... Ich seh gar nichts. Das ist Jess. Du hast noch eine Minute. Käseomelette. Ich weiß nicht, wie... Wie soll ich das bauen? Keine Ahnung. Oh mein Gott, Kate, ne Freundin von mir hat Muffins gebacken. Und auf denen steht hier, Day of the Doctor, save the day. Ich weiß nicht. Oh, ich will immer noch Merchandising. Denk dran, mir... Frau? April, 19. April bin ich da. Erst? Ja, es ist halt... Viel zu lang. Kannst du uns zum Geburtstag dann was schenken? Voll Arsch. Ah, eine... Danke. Das wird man niemals verraten können. Ich weiß, dass es da Dalex gab. Am Bahnhof da. Dalex. Ja. Nicht Dalex. Und auch nicht Dallas. Was? Dallas? Chris Dallas. Dollars? Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, wie ich das bauen soll. Oh Gott. Lopen. Das ist doch wieder ein Space Invader. Winter? Lenkrad. 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 Oh mein Gott. Man muss hier voll abstrakt denken. Das ist schwer. Also mir gefällt das von Sajit ein bisschen besser, ne? Also die so... Ja, das ist auch eine... Die Sache ist, man hat da nicht Zeit. Aber das hier ist wirklich Montagsmaler. Ja, ja, aber man hat so wenig Zeit. Das ist irgendwie ein bisschen... Oh, jemand will keinen Druck haben, wenn er am Bus, Bahnhof mit alten Leuten rummacht. Dabei hast du doch immer Druck, wenn es darum geht. Ich wollte ganz sagen, ey, in solchen Situationen habe ich immer Druck. Tja, da können ja die helfen mit ihren zittrigen Händen. Alte Leute und ihre Katheter. Oh mein Gott, es ist so gut. Es ist so gut. Mein ganzes... Mein Dash explodiert gerade. Achso, weil die alle... Weil die ganzen Fangirls... Ja, alles schon gegift und so. Boah, ey, wie feucht alles ist, nicht nur draußen. Nö, Bettzeug ist ja schon drin. Und feucht. Und feucht. Es wird dunkel. Ganze Tumblr ist am... Am überschwemmen. Es ist so gut. Warum steht da überall 0? Warum hat noch keiner Punkte? Achso, weil es keiner gelöst hat. Genau. Die sind so schlecht. Ich denke, dass ich bin schlecht. Was ist das? Ich esse Schokobombe. Warum schwebt er? Ich habe keine Ahnung, wie ich das besser machen soll. Aber stellt euch vor... Ich ägne. Winter. Er sollte halt so ein Schneebogen sein mit Schneeflocken. Warum hast du mal einen Schneemann gemacht? Ja, stimmt eigentlich. Okay, Dr. Badish, dräng dich an. Wo steht die überhaupt? Achso, halt schon. Mach einfach. Wir können uns ja bewegen. Unterhalten Sie uns. Okay, man nehme eine erste Schicht. So, die erste Schicht sollte nicht zu groß sein. Vielleicht auch nicht zu... Die Farbe ist eigentlich relativ einfach. Süß, egaler Wörter, nimmt sie sie gar nicht kennen. Rainy ist auch so positiv jetzt, wo sie denn gesehen hat. Oh, ey, meine ganzen Glückshormone. Pferd-Welt-Bus, nicht irgendwie so böse Sachen. Oh. Ey, das ist doch eindeutig. Ich will auf. Ja, aber nimm den Überbegriff. Nimm den Überbegriff, Meise. Achso. Ich hab getrunken. Seht mich. Ich hab nicht hingeschaut, mein Dash. Yeah, I'm the best. Ich hab irgendwas abbekommen, yay. Oh, ich bin dran. Oh Gott, jetzt kann ich den Überbegriff. Dankeschön für den Tipp. Mit dem Überbegriff. Oh, man kann gar nix, Gabe. Ja, gerne. Wer ist dran? Ja. Oh, die Fresse, oder? Nicht du. Er hier. Vermeiden Sie Wartezeiten. Ich brauch ein bisschen Jeopardy, sonst kann ich mir das einfach hier nicht geben, das Zeug. Eishörnchen. Ein Eishörnchen. Ja, also, E. Eishörnchen. E, ja, ich. Geht was? Ah. Ist das eine Faust? Ah, ah, ah. Oh mein Gott. Käse? Äh. Erdbeerkäse. Das ist doch eindeutig ein... Ja, ne, doch nicht. Ja, genau. Auch keine Waffel, okay. Auch kein Keks. Tot. Tot. Du weißt. Wollte ich nicht. Ihr habt schon alle richtig Ideen, ey. Ja. Rotwurst. Ich bin mal weg. Was? Wenn das jetzt Schokoladechip-Cookie ist. Kekse. Kekse. Oh. In Mehrzahl. Deshalb wollte ich einen zweiten machen, aber... Ihr habt's rausgefunden, verdammt. Also, das war gut, aber ihr habt's nicht richtig rausgefunden. Ihr wusstet's, aber jemand hat Keks gesagt. Ach, dammit. Badass? Jo, ich... Soll ich wieder kommentieren? Also, ich werd mit drei... Ne, ne, reden musst du gar nicht eigentlich, aber du sollst's machen. So. Ich hab nur einen Punkt. So, das kann einfach weg. Und dann... Warum ist der erst denn ganz weg? Hä? Oh. Jetzt sagt er, geht nur kurz. Ja, jetzt ist er ganz. Vielleicht macht er auch nur... Vielleicht muss er auch nur... Ach, stört. Ah. Nein. Du bist doch schneller. Also, das Problem ist, man kann's so ja nicht erkennen. Und ich glaub, sie meinen auch nicht das, was ich gerade mache, aber man kann's in einem... Mh, mh. Heee. Hör auf. Du hast richtig geschrieben, wenigstens. Diss, dis. Ähm. Disrespect. Bayblade. Bayblade. Nee. Oh, ich hatte da früher welche und dann gab's immer Fights auf den Straßen. Was ist denn? Du sagst, früher und ich hab meinen ersten vor zwei Jahren oder sowas gekauft. Ich hatte nie einen. Ich hatte die als Kind. Ich hatte die als Kind. Geld. Das wäre so typisch. Irgendwas ist falsch. Soll da ein Nippel sein? Oh Gott, ich weiß... Ist das was? Ja. Das ist ne Waffe. Eine Wiener. Ich wusste nicht, wie ich das andere... Oh mein Gott. Ja, ja. Wer ist denn jetzt dran? Meise. Meise. Ich find's gut, wie du weiter schreibst, geht und es ist schon vorbei. Ja, es ist wahr am Ende. Feuermelder. Alarm. Bei Ike denk jemand, Ico, das sagt immer Toad bei Super Mario Kart. Wenn er gewonnen hat. Entschuldigung. Wow, ich hab's so drauf gerade. Ähm... Scheiße. Gesundheit. Gesundheit. Also Erde ist schon nicht schlecht. Danke. Teeniat aguantt. Ich hab's so gehören. Hm. 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 Eine bestimmte Wurst. Hör doch mal auf. So. Eine bestimmte Wurst. Das Badmobil voll gekackt. Ja. Das ist es. Ja, das ist auf jeden Fall ein Penis. Genau. Das ist richtig für den Lack. Wird sowieso besser wissen als... Ey, wieso bin ich ständig der Glügel? Du hattest eh geschrieben, ne? Glügel, der zweiten Jahr hoch war. Ja, Entschuldigung, bitte. Schon wieder Badass? Ja, ich bin einfach der beste Maler. Weil er eben schon so gut war. Genau. Ach man. Einer von euch Elektriker. Du solltest mehr COD spielen, dann weißt du auf ne Mine geht. Ja, ich spiel sowas von fett COD. Kann der auch mal zusammen spielen. COD Ghosts. Mein Clan sind die Badasses. Oh mein Gott, hat jemand von euch GTA. Weil ich hab keinen Clan, keine Gang. GTA 5? GTA. PS3. PS3. Was war... Was war los? Hä? Hat das einer von euch erraten? Oder war die halt einfach vorbei? Ja. Aber dürfen noch mehrere oder nicht? Wunderbar da vorbei oder nicht? Hä? Wieso war ich noch kein einziges Mal und geht das schon wieder da? Ja, das ist seltsam. Aber wieso hab ich sechs Punkte? Weil wenn man dein Wort erratet, kriegst du auch Punkte. Aber geil, also muss ich eigentlich nichts machen, weil ich einfach weiß, dass meine Sachen kann man immer gut erraten. Ein Fisch! Du hast das leider verraten, deswegen... Ja, ich wusste nicht, wie ich es sonst machen soll. Ich hab dir zugehört und deswegen wusste ich... Ah, zuhören ist aber auch unfair. Bei des zuhörens tut so sonst keiner. Dir doch auch nicht. Okay, das ist... Ähm... Aha. Aha. Absprächte Kunst. Draw my life. Der Künstler geht... Ein Kreis ist immer schwer. Ein Kreis ist immer schwer. Das stimmt. Äh. 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 Hm. Mach damit, ich hab eins zu wenig. Spülmaschinen, der... Nein, da musst du auch... Ach so, ich hab den Kippel nicht in die Mitte. Entschuldigung. Jetzt, äh... So, und jetzt das gleiche nochmal andersrum. Das schaff ich nicht mehr. Das andersrum. Und dann habt ihr was, ähm... Das nochmal andersrum. Ach shit, nee, ich weiß nicht, wie man's machen soll. Das ist zu wenig Zeit, ich klinge. Macht's gut. Pfff. Nein. Er mag es wohl nicht unter Druck zu stehen. Treppe. Trichter. Was? Hast du grade deins vorgelesen? Ich wollte Kreis sagen. Nein. Ach maaaann. Leute, ich dachte... Ich dachte mir so... Gates sah ja gar nicht... Trichter. Gates sah ja gar nicht aus wie ne Treppe. Warum hat er nicht einfach ne Treppe gemacht? Ich hab Punkte. Und dann hab ich mir so gedacht... Gala hat gewonnen. Nicht Badass. Gala. Mann. Oh Gott. Aber so...